Möchten Sie in Ihrem Pressespiegel mit Original-Layouts und Bildern zeigen, wie die Presse Ihre Themen darstellt? Mit dem Pressespiegel Manager Premium können Sie das ganz einfach. Wir zeigen Ihnen wie. Bilder und Original-Layouts von Artikeln werten Ihren Pressespiegel auf. Achten Sie am besten schon beim Artikelkauf im PMG-Portal darauf, sowohl Bilder als auch Original-Layouts mitzuerwerben. Unser Tipp, legen Sie in den Einstellungen fest, dass diese Inhalte standardmäßig ausgewählt werden. So können Sie sie nicht vergessen. Nachdem Sie Ihre Artikel gekauft haben, wechseln Sie in den Pressespiegel Manager. Die kleinen Symbole zeigen Ihnen, welche Zusatzinhalte der Artikel enthält. Infografiken, Fotos oder Original-Layouts. Sie landen automatisch im Pressespiegel. Um bestimmte Inhalte auszublenden, klicken Sie auf einen Artikel und auf Artikeloptionen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Original-Layouts und überflüssige Bilder zu entfernen. Bei Bedarf wählen Sie ein Hauptbild, das Sie an der blauen Umrandung erkennen. Dieses Bild wird anschließend präsenter angezeigt. In der Online-Ansicht und der PDF-Vorschau können Sie das Ergebnis prüfen. Die PDF-Vorschau zeigt Ihnen die Original-Layouts zunächst in mittlerer Qualität an. Im fertigen Pressespiegel lassen Sie sich per Link in besserer Qualität aufrufen. So einfach fügen Sie Ihren Pressespiegel, Artikelbilder und Original-Layouts hinzu. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Pressespiegel Manager Premium.